Wir steigen in den Kilometer. Wir steigen außen, innen, außen, innen. Rechts, links, rechts, links. Außen, außen, innen, innen. Schaut genau, wo das Band liegt. Und jetzt machen wir das selbe, so schnell es geht, wie ich drüber stehe. 30 Sekunden lang so schnell wie möglich. Dranbleiben. Armzeit. Man prüft jetzt von drei auf acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Das rechte Kniebeutbild. Wir brauchen die rechten Hande, die rechten Hunde schenken. Hunde schenken. Hunde schenken. Hunde schenken. Hunde schenken. So, jetzt stellen wir die Hunde. Hunde schenken. Aufmaßen, innen, innen. Hunde schenken. Zerben, auf. Achtung, auf den Fuß. Schnelles Tempo jetzt. Jeder mit eigenem Tempo, so schnell es geht. Buhnen, da muss man soviel. Go, da muss man soviel. Sieben, auf den Fuß. Immer auf. Ach, zwei. Das war ein paar Sekunden. Vier. Da sind sie in die Beczniemühegekommen. ants legen. Das ist ein paar Sekunden. Das ist ein paar Sekunden. Und wieder auf. Klockiert. Bewegt ihn nicht auf. Wiener. Nimm das wieder Platz. Das ist ein... So, schnell, stay walk. Jetzt. Tempo wieder in der Seite, 15 Sekunden, das ist gut, jetzt schneller werden. Vorletzte Runde, 8, 4, und das rechte Knie kommt hoch. Liebe Leute, einmal noch, ich bin wieder außen, 8, 4, und das erste Runde, 8, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 4, Letztens mal ein Winx Video. Rüffel drauf. Handschuh unterscheiden. Noch hier. Super, aber die Tab rechts, links. Noch mal. Gut an.